Gut gemacht. Kriegst du jetzt Lava? Ja, das soll aber nicht so sein. Okay, dafür muss ich mir dann noch was überlegen. So, dein Kohle-Transport-System kann man abstellen. Echt? Ja. Ja, mach ich dann. Den Redstone-Engine ausmachen. Ja, du meinst ich Steam? Nein, ich mein, der Redstone-Engine ist da das Zeug da rein. Nein, nein, das nicht ausmachen. Doch, dass der ausgeht, damit das alles wieder in die Kiste fließt. Nein, 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 ich brauch das doch für hier auf, für hier oben. Ach so, ja, dann ist das aber blöd, weil das alles wieder in die Kiste muss. Okay, dann warte, dann machen wir die Zuleitung mal hier unten, nach unten weg. Oh ja. Du legst es nur noch zurück. Ja. Ja. Dann kannst du wieder anmachen. Ich wieder anmachen. Wie viel ist denn da noch drin? Oh Gott, ist überhaupt nicht mehr viel drin. Wer ist denn? Ja? Ja? Ja, du verbrauchst halt voll viel, das ist voll der Schwachsinn. Die ganzen Generatoren, volle Energieverschwendung, Kohleverschwendung. Guck mal hier runter. Zu dir oder was? Ja. Ja? Du brauchst jetzt nur solche... What? Du brauchst jetzt nur solche Engines hier machen, und anzuschließen hier an diese Leitung. Und dann brauchst du nur einen Transformer, dann kannst du deine Betten... Ja, da ist mir wohl Minecraft abgeschmiert. Und ja, ich und Heiko haben uns entschieden, jetzt hier eine kleine Aufnahmepause zu machen. Wir werden dann nächstes Mal hier mit der Energie voll fertig werden. Schätze ich mal. Hier fehlt noch so ein... Ja, ich weiß gar nicht. Na, guck mal. Oh. Falsche. Egal. Wir haben uns jetzt entschieden, hier eine Pause zu machen, habe ich ja schon gesagt. Und ich werde dann nächstes Mal hier noch das voll fertig stellen, vielleicht noch ein bisschen umbauen. Das ein Teil hier reinkommt, aber das werdet ihr dann alles nächstes Mal sehen, wenn auch Patty wieder dabei ist. Also, wenn wir da zu tritzen. Und... äh... Bis dahin... Sag ich einfach mal vielen Dank für's Zuschauen. Und... Ich denk auch im Namen von Patty ein recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Hey Freunde und willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Tagit. Dieses Mal leider ohne Heiko, weil der ist gerade mit Skyblock beschäftigt. Ja... Nur leider. Ich hab hier meine 16 Level mal ausgegeben und hab jetzt... Sharpness 2 auf meinem Schwert. Wundervoll. Und... Heute haben wir uns vorgenommen, endlich mal die Crurry... ähm... In Betrieb zu nehmen. Was suchst du? Aha. Was suchst du? Nichts, warum? Weil du grad so badenlos durch die Gegend gekommen bist. Nee, ich muss bloß kurz gucken, wie man den Entertank macht. Äh... Sooo... So, zwei Obsidian, vier Blazers, ein... Tank... Wie baut man denn? Ah ja, okay. Basics von Minecraft vergessen. Dum-di-dum-di-dum-di... So... Wo waren denn die Blaze-Rods? So... Wo waren denn die Blaze-Rods? Wo waren denn die Blaze-Rods? So... Dann brauche ich vier, also acht. Und dann Obsidian... ...auf vier... Und was brauche ich noch? Ender-Parrell habe ich und Wolle. Äh... Dann ist er falsch. Und dann... Dahin. Okay. Okay. Und so... Einen... Bargemacht, wie im Sockenbrot. Zwei... Äh... So, jetzt ruhig einen... Was hat denn der dahin gemacht? Stone-Water-Proof-Pipe, könnte sein? Was? Was hat Heiko da im Nähtring gemacht für... Ach, ich hoffe doch, ich nicht. Schau mal kurz. Ich nehme einfach Cobblestone... Hast du leider gar keine Pipes in den Blut? Äh, doch, ich glaube, eins hat er hingemacht. Meiiiin. I don't think so. Da. Was ist? So. Dödödöd dollu... kanske, nicht wentreionll... Ich weiß es noch. Ich glaube hier grad aus. Ah ja, ich seh's schon. Und mir generiert's noch... Wieso auch immer? Haben die böse auf mich? Nein, Gott sei Dank nicht. um so wo ich jetzt gar nicht viele ob es kommt und stammt schnarchen ich noch eine leitung dazwischen welche nur und werken das war nicht aufholen bei uns mit Egal, ich mach jetzt mal so. Du kannst es ja nicht direkt sehen, du hast das Ding an. Was hab ich nicht? Ja, ich hab das so eingestellt, dass es mir immer anzeigt, was für ein Block vor mir ist. Ach so, ne, ne, das hab ich aus. Was, 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 was? Was ist denn da hinten? Machst du kurz, oder? Den lächst du mit meiner Armbrust. Oh, nicht getroffen. Heiko hat rot nach unten. Hallo? Okay. Geht doch. Hohoho. Fühlt sich das? Ah ja, ganz langsam. Okay, dann muss ich wieder zurück. Die haben jetzt unterschiedliche Farben da oben, ja? Ja. Ah. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann müssen wir erstmal einen Platz finden, Paddy. Oh, das geht einfach. Echt? Hast du schon einen, oder? Ja. So, etwa, ja. Okay. Wow. Das ist mein Jetpack, glaub ich, wieder offline. Ja. 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 falscher Waypoint. Oh, der Test kackt ab. Oh Gott. Oder kackt der bei mir ab? Oh, bei dir. Mir war nicht nix. Bei mir ist nix. Hast du mich gut, oder? Ja, völlig gut. Okay, weil ich hab bei mir grad... Ah, jetzt geht's wieder runter. Okay. So, den behalte ich mal kurz. Ähm. Dann brauche ich, äh, eine Diahacke. Braucht man dafür, glaub ich, gell? So, Paddy, du musst mir jetzt sagen... Warte mal, ich mach dir mal was. Äh, was ist erstmal dahinter? So. So, 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 so. Äh, was hat das? So? Was, was mach ich dir? Ja, zwei Stück davon. Oh, du brauchst einen schönen Jungle, oder? Für... Ach, braucht man da auch noch einen Junkloader dafür, oder was? Ja, wenn wir ja nicht auf dem Server sind, läuft die nicht weiter. Ache. Ja, dann, bau kurz ein. Machst du kurz? Ja.